Weinprobe heute, was heißt das? Viel Wein, würde ich sagen. Viel Wein? Was für dich, Lutz. Was für dich? Weinprobe. Weinprobe heute, was heißt das? Lecker. Was heißt lecker? Na lecker, einfach lecker. Lecker. Auf Glück so ein Scheiß, da wäre ich auch nie ausgestiegen. Ich würde auch mal fernsehen. Wobei. Aha. 아까 ich habe den USA? Aber jetzt kommt es vor. Der McKin fängt vor. Richtig. Ja, wir befinden uns hier am heutigen Nachmittag auf dem Weingut Alde Gott in Saasbachwalden, eines der besten und bekanntesten Weine in Deutschland. Und wir haben heute eine Weinprobe. Ich bin mal gespannt, ob den Mädels der Wein genauso gut schmeckt wie mir, denn ich bin einfach begeistert von diesem edlen Tröpfchen hier aus Baden. Ja, wie gesagt, in den heiligen Hallen von Alde Gott. Hier lagern wirklich die edelsten Tröpfchen der Region. Und hier wird es jetzt auch gleich schon losgehen mit den ersten Verköstigungen. Ja, das Weinprobe bei Alde Gott heute hier in Saasbachwalden. Ich habe erst zwei probiert, aber es ist echt lecker. Aber das geht nicht mehr, weil ich nach Autofahren muss mit Black Power zum Europapark. Sehr schön hier. So, jetzt habe ich gehört, gibt es gleich Eiswein. Und vieles mehr. Gibt kein Äppler. Schatzi, komm her. Nee, komm, du trinkst ja nicht. Diana, hast du mitgekommen? Ja, hier ist ja jetzt Weinprobe am heutigen Nachmittag angesagt. Miss Alas. Weinprobe angesagt. Ja, also, Weinprobe. Ja, also, Weinprobe. Wo ist er? Ich dachte ja auch so, das ist das nächste Mal. Ich stecke nicht am Wein. Ja, Prost, in Thüringen. Was, ich halte mich über den Kopf, finde ich ihre Brüste. Hallo? Ja, ey, was soll das denn? Ich habe den Wein gefilmt. Ja, genau. Komm ab, bitte. Hör, wo filmt der denn? Boah, das ist die Gemeine. Ich wollte nur den Wein so finden. Ja, genau. Hier, Tanne, guck hin. Was mache ich? Ja? Nein, glaubst du auch nicht. Was hast du mir unterstellt? Der ist ja mal der Hammer hier aus. Boah. Ich glaube es ja nicht. Hast du das gesehen? Ah! 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 Heiß! Und? Ich wette es? Sehr lecker. Sehr lecker. Danke, Lutz. Ist zwar nicht aus Rheinhessen, aber? Aber trotzdem. Trotzdem. Passabel. Ok. Hier, Miss Ernst. Miss Ernst. Miss Ernst. Ich habe es Herbst verschlappt. Nein, Miss Herbst. Genau, gibt es ja in Hannover. Miss Herbst. Gibt es das ewig. Habe ich auch schon gewählt. Hab ich es selber schon moderiert. Jawohl. Miss Herbst. Ich habe keine Ahnung, wer das war. So eine Blonde. Isabel Cremer. Isabel Cremer. Genau. Das ist eine Falsche. Trinkt auch Wein. Äh, Miss Niedersachsen. Äh, Quatsch. Miss Nordrhein-Westfalen. Scheiße, der Wein wirkt. Der war echt schlimm. Der Wein wirkt. Nein, der war schlimm. Der Wein wirkt. Das ist jetzt auf dem Video. Was? Weil du ja das noch versprochen hast, dass du einem das Falschen sandt hast. Ja, das ich mich auch mal versprechen kann. Wie viel Wein hast du schon getrunken benutzt? Wie viel Wein hast du schon getrunken? Ähm, ja, so viel wie. Aber ich kann auch ohne Alkohol lustig sein. Ja. Ähm, kein Kommentar. Genau. Das heißt, ich kann auch Alkohol trinken, ohne dass ich lustig bin. Ja, richtig. So war es gemeint. Aber schön. Jetzt gibt es gleich noch einen Rotwein, da freue ich mich drauf. Nein, Eiswein. Eiswein. Das war die Weinprobe 2013. Steak, mein. Sehr gut. Eiswein. Best of Eiswein. Das ist das Obergeilste, was ich hier in meinem ganzen Leben gesehen habe. Alle steigen sie in den Bus ein und alle sind sie gnadenlos am... Einen Kameraden. Eins. Einen Kameraden. Einen Kameraden, die haben mich nicht schon. Also, alle da? Ja. Ich würde jetzt gleich am Ortsausgang die Alkohol geben. Und wer unter 2,0 hat, dann darf ich nicht mitfahren. Uuuuh.